Der Rap-Nose ist eine Putzkraft. Putzkraft. Und der Stift MC ist ein Influencer. Sehr schön. Putzkraft beginnt. Wir brauchen den Beat. Check, check. Let's go Sursi, machen Lärm für das nächste Battle. Okay. Putzkraft, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay, paar Hände, paar Hände, yeah, yeah. Paar Hände im Haus. Hör zu, Mann, ich bin Doper und... Nimm mit ihm schnell den Boden auf. Alter, schau mal. Ich bin Synfluencer und er beim FC Thun. Influencer. Halt, Schnurren, ich habe geil gekrappt. Du rappst so wack, das buckt keinen Geiss weg. Und schlägt auch keinen Geiss weg. Du nutzt, du bist ein Putzfrau, aber kannst Eier rutschen. Yeah, schau mal. Es ist zu peinlich. Du sagst, du hast geil grappl. Hast du noch nicht mal gerappt? Yeah. Alter, schau, du kannst schauen. Ja, du siehst auch aus wie ein Hurenlumpen. Hey, Line von mir. Die Note ist das. Alter, mein Rap ist super. Die Rap ist Schmutz. Ah. Ohne Scheiss. Du bist ein Bücherwühle. Die Rap ist so ein Schmutz. Du kannst das WC abspülen. Ja, WC abspülen. Das ist Hip-Hop, Alter. Geh doch raus und Tick-Tock tanzen. Ja, schau mal. Den Scheiss mache ich gross. Und ihn siehst du da hinten. Hey, ich tanze den Flass. Er ist super verspannt. Ich bin super locker. Er ist ein Lauch. Ich bin Meisterpropper. Ah. Ohne Scheiss. Das ist der Stift. Und du wirst jetzt einfach von mir hier weggewischt. Ah, du checkst Bruder. Ich bin da der geilste Sieg. FC Zaun. Schon lang nicht mehr Meister gsi. Ah. Schau mal. Das ist schure traurig. Dabei siehst du aus wie ein Pato. Aber nicht lustig. Yeah. Weisse D zurück in die Schranke. Wir spielen nicht im Bankdorf. Aber du kommst ins Wanken. Ah. Ohne Scheiss. Und das schon nach einer Runde. Ah. Digga. Du bist nie smooth gsi. Ja. Alter, schau mich mal an. Du bist ein grusiger Sieg. Ich bin eine saubere Sache. Yeah. Schau mal. Und ich komme und ich geniesse. Du weisst, ich bin kein Berner. Aber ich mache saubere Bütze. Yeah. Du bist echt schlecht. Ich bin Influencer. Checken die neuen Hashtags. Ohne Scheiss. Und da steht eins. Gsehst du das? Oh, Alter. Rap-Nose ist lame. Nein, ich sehe nicht. Time. Das war ein gutes Pedal. Mach den Lärm. Sehr schön. So haben wir es gerne. So liebe Jury. Wir haben jetzt mal einen gemeinsamen Entscheid. Und er ist unentschieden. Let's go. Da nehmen wir noch eine Runde. Gut. Diesmal fängt der Influencer an. Let's go. 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 Let's go.